Adelina Zilei legt sich unters Messer. Als Freundin von Mola Adebisi, 49, war die Blondine den Fernsehzuschauern in der vergangenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars bekannt geworden. Nach ihrem Auszug aus Promispiele-Show war es eher ruhig um das Pärchen geworden. Jetzt zorgt die Theologiestudentin aber für Schlagzeilen, Adelina lässt sich die Brüste vergrößern, jedoch nicht wie erwartet mit Silikonimplantaten. Im Interview mit RTL erklärte die 34-Jährige, sie lässt sich ihre Oberweite ganz ohne ob aufhübschen. Stattdessen wird die sogenannte Hydrophiler-Methode angewandt, bei der die Brust durch Injektionen schrittweise aufgefüllt wird.